Warren, Landkreis Friesland, Ostfriesland. So, jetzt wollen wir ein bisschen mit der Sonne im Rücken durchfahren. Wir hatten auf den Weg hierher nach dem Weg gefragt, weil wir uns verpistert hatten. Und da haben wir einen Asylanten gefragt und er wusste auch nicht, was los war. Wir waren auf dem Fahrrad unterwegs. Wo ist das Zentrum? Er lasst erstmal ins Schulzentrum fahren. Wo weit her kam er? Hat er auch nicht bescheid gepostet. Auch hier ist es genau. Von heute her in der Wälder Gegend. So, da will ich mal die Ferrell erkunden. So, in der Pause. Haferkampfstraße, Linkschrein. Das haben wir hier alles. So, jetzt fahren wir nochmal zurück. Weil, ich denke mal, das Luft sehe ich hier nochmal genau hinzufügen. Das Schulzentrum hier wahrscheinlich. Ach nee, das ist ein Einkaufsmarkt. Bahnhof, da hinten ist der Bahnhof. Das sehe ich jetzt gleich schon. Und dann wird auch hier irgendwo das Zentrum sein. Und hier ist der Bahnhof so schön. Dann lass mal hier rumfahren. Dann lass mal hier rumfahren. Bahnhof, da rein. Hier auf dem Schild eine weiße Mutter mit einem weißen Kind. Das ist die Bezeichnung für Bürgersteig. Der ist hier rechts. So, das ist Morrell. 7.06.2013. Hier die ganze Wand vollgekünzelt. Dann lass mal hier längs. Gleich ist er hier auch gar nicht so viel. Für so eine Kleinstadt. Ja, der ist nöt. Ja, der ist nöt. Der Womber links rum. Stopp. Was ist noch hier denn? Der Wieser und SPD. Was war das noch? Die Sozialistische Partei Deutschlands. Hier ist die Schule. Schau mal, einfach mal das hier besten Licht. Links wohl die Schule. Und da. Ja, da sehen wir doch eine ganze Menge. Yeah. Das war recht. Das ist erstmal geradeaus. Die Kirche wollen wir auf jeden Fall sehen. Feuerwache auf der Seite. Und hier die Kirche. Und hier die Kirche. Schlossplatz. Sogar ein Schloss ist das. Was ist da denn? Die Kultur ist da. Schlossplatz. Und da noch mal hin leuchten. Wir können hier längst in den Toiletten sogar öffnen titeln. Und da die Spielothek. Starcrash. Ja, dann lass uns mal rechts rum fahren. Richtung Friederburg. Und da unten ist wir einmal ein. Hier rechts rum. Außen. So, da hätten wir die kleine Straße noch mit neben Köln. So, hier ist ja auch was zu sehen. Guck mal dahinten, da werden wir auch links fahren können. Hier sind immerhin Wohnwagen. Und das auch so Wohngebiet so ein bisschen geändert ist. Und hier Blockbauweise. Und die Barre. Und die Barre. Und die Barre. Alle Richter unten. Geradeaus. Die Panzerstraße. Links rein. Gerade ist die Panzerstraße. Was haben wir hier denn noch? Was haben wir hier denn noch? Waisenhaus haben wir da. Waisenhausstraße. Und da ist der Papier- und Kartonfabrik. Gerade im Bischof. Das ist vor allem rechts rum fahren. Das wollen wir vielleicht auch noch. Und jetzt hier rechts rein. Und da ist nur eine Papierfabrik. Ja, da kenne ich nicht mehr hinaus mit so was. Da bleibt man ja gar nicht. Und wenn ich mal Hilfe brauche. Warten wollen. Ja, ich weiß wie das geht. Und hier rechts rein. Papier- und Kartonfabrik. Ich war bei der Konkurrenz damals. Ich weiß, das ist auch Pantabell. Das war's. Und tschüss. Und tschüss. Das war's.